Ein Sachse hetzt mit seinem Koffer auf den Bahnsteig dem Zug hinterher. Aber er verpasst den Zug, es sind nur noch die Schlusslichter zu sehen. Ein anderer, der das beobachtet hat, geht zu ihn hin und fragt, sagen Sie mal, haben Sie einen Zug verpasst? Sagt der Sachse, nee, ich werde wohl vorher auch tun.